Ja, jetzt freut es mich sehr, dass ich meinen Bruder eben halt ansagen darf. Wie gesagt, er ist derjenige, der die ziemischen Familientradition aufrechterhält und als Ophthalmologe tätig ist. War lange, wo er auch seine Ausbildung gemacht hat, war lange an der Universitätsklinik in Tübingen. Und es freut natürlich die Familie und uns natürlich besonders hier in Dresden sehr, dass es ihn jetzt eben halt seit zwei Jahren nach Leipzig verschlagen hat. Und dort leitet er eben halt die Universitätsaugenklinik, beschäftigt sich sehr mit Erkrankungen eben halt der Netzhaut. Aber da spielt es dann eben halt auch eine ganz wichtige Rolle. Und Focke, vielen Dank, dass trotz des Stresses, trotz wartender Patienten, dass du hier bist und dass dich Patienten jetzt auch mal live kennenlernen, wie das so bei Familie Zimsen ist, wenn es um Gehirn und Auge geht. Danke. Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Wir sind ein bisschen hinter der Zeit. Ich habe Ihnen viele Bilder mitgebracht, weil wir sind als Menschen visuelle Wesen. Bilder sind wichtig, Bilder prägen uns. Und deshalb ist es natürlich gerade, wenn Beeinträchtigungen der Sehkraft da sind, für uns auch manchmal schmerzlich, wenn wir uns Sorgen machen. Wir wissen, dass bei vielen Erkrankungen, bei Diabetes, aber auch bei MS, die Sorge vor dem Sehverlust ganz weit vorne steht. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Auf der anderen Seite finde ich solche Veranstaltungen wie heute ganz prima, weil das das Bild, was wir uns von einer Erkrankung machen, uns auch natürlich weiterbringt und hilft. Nichts ist schlimmer als die Ungewissheit. Wenn wir immer schon wüssten, was käme, wäre es gleich viel weniger bedrohlich. Und deshalb hilft es, informiert zu sein. Weil je besser wir uns ein Bild von einer Sache machen können, umso höher ist auch die Selbstwirksamkeit. Umso konkreter wissen wir, welche Tipps, welche praktischen Sachen kann ich umsetzen. Und das ist dann natürlich für uns alle auch im Alltag eine Erleichterung. Weil ich klinische Studien auch durchführe, habe ich potenzielle Interessenskonflikte, die aber für den Vortrag hier keine Rolle spielen. Wenn wir mal gerade mit diesem Bild anfangen, das wir von uns selbst machen. Ja, hier der schöne Cartoon vom Olli Hilbring, wo eine junge Dame beim Foto oder Bild eines Models denkt, es wäre ein Spiegel. Das zeigt uns natürlich auch so ein bisschen, wenn wir selbstkritisch in den Spiegel schauen, wir als Augenärztinnen und Augenärzte, wie werden wir gesehen? Und ganz oft wirken wir auf Patienten eher so wie die großen Scheinwerfer mit unangenehmen Untersuchungen. Es wird ins Auge geleuchtet. Wir kommen gleich noch zu der anderen unangenehmen Gesichtsfelduntersuchung. Und das zeigt natürlich schon auch die Probleme, die wir manchmal mit dem Thema Optikus Neuritis haben. Es ist eben nicht nach außen ersichtlich. Sie sehen das dem Auge nicht an. Selbst der Augenarzt, der ins Auge reinschaut, auf den Sehnerv schaut, sieht die Entzündung nicht, weil die Entzündung hinter dem sichtbaren Ende des Sehnervs ist. Und deshalb ist es so, dass bei der Erkrankung der höheren Sehzentren, der Sehnerv-Entzündung auch viele Fehldiagnosen getroffen werden, dass es lange dauert, Sie kennen das von MS, bis die richtige Diagnose manchmal gestellt ist und auch viele Behandlungsklagen daraus resultieren. Wieso ist das so kompliziert? Weil die Sehbahn relativ weit, von ganz vorne im Kopf bis ganz nach hinten geht. Wir haben in der Netzhaut 120 Millionen Zellen, die das Licht umwandeln in Strom. Und dann wird es im Sehnerv, ein gesunder Sehnerv hat eine Million Nervenfasern, da wird schon mal ganz viel zusammengerechnet, dann weitergeleitet über das Mittelhirn bis hinten zur Sehrende. Die ist wirklich, wenn Sie sich das hinten am begehbaren Gehirn anschauen, ganz hinten am Hinterkopf. Und innerhalb der Netzhaut sind diese Rezeptoren auch nicht gleichmäßig verteilt, wie auf dem Chip unseres Handys oder wie in so einem Solarmodul, wo die regelmäßig angeordnet sind, sondern wir haben vor allem die Mitte, die die hohe Auflösung macht. Deshalb immer, wenn wir was scharf sehen wollen, müssen wir genau draufschauen, müssen wir fixieren, müssen wir genau Buchstaben betrachten, kleine Details, rastern wir die Gegenstände ab. Wir können das filmen, wenn wir so spiegelverkehrt Schrift auf die Netzhaut projizieren, dann können wir sehen, wenn jemand liest, wie er Wort für Wort, Zeile für Zeile abtastet. Und natürlich, wenn da Beeinträchtigungen sind, auch wie er das oder wie sie versucht, das zu kompensieren. Aber diese enorme Spannbreite der Sehbahn macht es gerade bei einer Erkrankung, die eine Entzündung fast an jeder Stelle machen kann, auch manchmal schwierig, erst mal zu erkennen, wo liegt das Problem? Habe ich eine Entzündung vorne im Sehnervenbereich oder ist es irgendwo weiter hinten vielleicht in der Sehbahn? Wo im Gehirn ist also das Sehen lokalisiert oder auch die Störung? Man hat es eigentlich recht gut und früh auch identifiziert. Das muss man sagen, sind noch ganz wilde und traurige Geschichten. Damals, noch vor Zeiten der Bauernkriege oder im Ersten Weltkrieg, haben die sich irgendwo eine Forke reingesteckt oder hatten Leute Verletzungen. Und dann hat man gemerkt, wenn da im Gehirn defekt ist, dann fehlt der Teil des Sehens. Und darüber hat man dann verstanden, dass ein bestimmter Teil des Gehirns verantwortlich ist für einen bestimmten Teil des Gesichtsfeldes. Dann hat man natürlich viel, damals noch martialisch auch bei Tieren, sich angeschaut, wo laufen die Leitungen her. Jetzt ist aber das menschliche Gehirn nicht nur ein bisschen größer, sondern auch komplexer organisiert. Und man hat dann solche Untersuchungen, das ist noch nicht lange her, vor 10, 15 Jahren gemacht, wo man Menschen Seeobjekte gezeigt hat in der funktionellen Kernspintomographie. Die lagen also in der Röhre drin. Und dann hat man so ein wanderndes Muster gezeigt und hat gleichzeitig abgeleitet im Gehirn, wo habe ich Aktivität. Und Sie sehen das sehr schön, wie das eben hier von dem hinteren Hirnpol wandert dann nach außen wieder nach vorne. Und genauso können Sie natürlich auch so, also neben dieser Gradzahl, sich anschauen, wenn Sie bestimmte Quadranten, Radiäer sich anschauen und Sie bieten ein bestimmtes Muster, können Sie schauen, wie ist die Seebahn jedes einzelnen Menschen, wie ist die Seerinde hinten organisiert. Und man hat dann in der Auflösung immer feinere Bilder machen können, bis zu ein, zwei Grad. Und hat dann irgendwann gesehen, ich habe nicht nur eine Zone oder ein Areal, das für das Sehen verantwortlich ist, das eben ganz hinten ist, sondern dem ist nachgeschaltet nochmal ein zweites Areal und ein drittes Areal auf der Gegenseite. Und das ist tatsächlich auch bei jedem Menschen ein bisschen anders organisiert, weil wir nämlich erst, wenn wir auf die Welt kommen als Säuglinge, richtig lernen zu sehen und das bei jedem ein bisschen anders vernetzt ist. Wenn jetzt zum Beispiel einer eigentlich auf einem Auge schielt oder eine Brille bräuchte und bekommt das nicht, das heißt, ein Auge lernt nicht zu sehen, dann wird es schwachsichtig. Und dann ist bei dem auch die Seerinde anders organisiert. Und auch wenn man es nachher auskorrigiert, wenn der 18 ist, kann man auf dem betroffenen Auge nie wieder die Sehschärfe erreichen, die er im Idealzustand gehabt hätte. Ich kann natürlich dann auch noch entsprechende Felder machen, weil ich hatte schon gesagt, schon im Bereich der Netzhaut ist das unterschiedlich dicht organisiert und kann dann schauen, wie ist die Auflösung, wie verortet. Das heißt, das ist dann im Prinzip die Winkelgröße eines Bildes. Und da sehe ich, dass eben die zentrale Netzhaut, also gerade dieses hochauflösende Sehen, hinten am Gehirn eine relativ große Fläche einnimmt, während das periphere Sehen, was für Bewegungen und solche Dinge verantwortlich ist, dann deutlich kleiner ist. Wir arbeiten da sehr, sehr schnell, wenn wir diesen Sehprozess haben. Wenn Sie jemanden in der Stadt aus der Familie sehen, Sie erkennen ihn sofort wieder. Bekanntes Gesicht, das geht innerhalb von Millisekunden, Bruchteilen. Wenn Sie den Fernseher einschalten, gibt es Untersuchungen dazu. Sie erkennen sofort, ist es Ihre Lieblingsarzt-Serie, sind es die Nachrichten, ist es ein Krimi. Das passiert, ohne dass Sie das bewusst reflektieren. Das heißt, alle diese Seheindrücke sind bei uns kartiert und in feinen Schubladen einsortiert und wir vergleichen das in rasanter Geschwindigkeit. Sie erkennen bei diesen Bildern sofort, ist es ein Affe oder ein Mensch und ist es ein bekannter Mensch oder nicht. Und das macht deutlich, das ist nicht alles nur eben auf einer kognitiven Ebene, wo Sie nachdenken, hat große Ohren, kleine Nase, könnte mein Mann sein. Sondern wo Sie sofort auf 200 Meter erkennen, das ist er. Und das ist natürlich nur, weil Sie das Ihr Leben lang auch gelernt und kartiert haben. Genauso finde ich ganz spannend ist, dass sich die Sinne gegenseitig beeinflussen. Also man sieht, was man hört und man hört, was man sieht. Wir wissen, das kennen Sie vielleicht auch vom Konzertbesuch, die Musik hört sich anders an, ob Sie sich eine Schallplatte auflegen oder ob Sie beim Live-Konzert sind, das Miterleben, das Sehen, die Musiker da, das ist was ganz anderes. Oder ob wir jetzt hier heute in Präsenz zusammensitzen und dem folgen können. Und genauso weiß man auch, wenn Sie solche zweideutigen Umrisse haben und Bilder und spielen wenige Sekunden vorher einfach ein Geräusch ein, dann erkennen Sie entweder hier die Ziege oder das Motorrad. Also Sie können durch das, was Sie hören, auch das beeinflussen, was Sie sehen. Und das zeigt, wie komplex der Sehvorgang ist. Das ist nicht einfach nur mit dem Auge wie mit einer Kamera irgendwas abfilmen. Ich komme jetzt auch noch mal ein bisschen auf die Feinheiten zu sprechen. Wir haben im Auge im Prinzip drei Nervenzellen. Die erste ist der Photorezeptor, wandelt es in Strom um. Zweite ist schon ganz viel Verrechnung, um quasi Schärfe und Helligkeitsregulation und Kontrast, Muster, Farben sehen zu regulieren. Und die dritte Nervenzelle ist die Gangnienzelle. Und das ist entscheidend, weil die Gangnienzelle den ganzen weiten Weg über den Sehnerv überbrückt dann. Quasi wie im Kabel zum Gehirn. Und das ist deshalb auch die Zelle, die bei einer Sehnervenentzündung leider angegriffen wird. Wir wissen heute eben, dass die Signalverarbeitung nicht erst im Gehirn beginnt, sondern eben auch schon vor der Gangnienzelle. Und das ist zum Beispiel, wird deutlich, wenn Sie hin und her schauen. Sie merken nicht, wenn Sie die Augen bewegen, dass sich das Bild bewegt, weil es eben den kurzen Moment, wo Sie das Auge schnell bewegen, wird es unterdrückt. Sonst wird uns allen schwindelig. Sie können das, wenn Sie auf dem Handy das filmen, können Sie nachher auf dem Film sehen, wie Sie die Augen bewegen. Sie sehen aber im Spiegel nicht im Prinzip eine schnelle Augenbewegung. Jetzt diese Gangnienzellen, die haben eben auch diese Myelinscheide, damit da die Weiterleitung schnell ist. Und das ist eben Ort des Geschehens der Entzündung. Dieses Kabel, das zum Gehirn geht. Das ist eigentlich in der Augenhöhle gar nicht so furchtbar lang. Das sind vier, fünf Millimeter, wo eben da die Entzündung dann stattfindet. Trotzdem ist es natürlich ein sensibler Ort, weil da die ganze Sehinformation ja drin enthalten ist. Von Farben, Licht, Kontrast, jede Information geht daher. Und wenn man sich das eben im Bild mal anschaut, dann führt so eine Entzündung dazu, dass da ordentlich auch Kontrastmittel austritt. Das heißt, da ist schon ordentlich was aktiv. Und man kann sich vorstellen, wenn man heutzutage solche bewegten Bilder sich anschaut, von Augenbewegungen auch, wieso das wehtut, eine Sehnervenentzündung. Weil nämlich, wenn dieser Sehnerv, der eigentlich keine sensiblen Nervenfasern hat, da entzündet und gereizt ist, dann gerade diese Blickbewegungen dann in dem Moment den Bewegungsschmerz auslösen. Und das gehört zu der typischen Sehnervenentzündung, dem typischen. Und immerhin 30, 40 Prozent der MS-Patienten haben das als erstes Einstiegssymptom. Gehört das dazu. Also Aua. Gut. Das andere ist natürlich, der Seheindruck wird vermindert. Die Farbintensität fährt runter, der Kontrast fährt runter. Ich habe so ein diffuses Verschwommensehen. Wir sagen dazu auf medizinisch so eine Art Zentralskotum. Wieso ist das Farbensehen wichtig oder verändert? Nun, wir haben innerhalb des Spektrums des Lichts einen bestimmten Bereich einer Wellenlänge, das sichtbare Lichtspektrum. Das erkennen Sie daran, wenn der Fotoapparat so Bildfehler-Apparationen macht, dass dann manchmal so eine blaue Kontur ist. Sie wissen vielleicht vom Prisma, dass da das Licht in seine Wellenlängen auch zerlegt werden kann. Oder ein anderes Beleg, das wir dafür haben, ist, dass wir zum einen Wasser, also gerade das Meer, blau sehen. Das hängt damit zusammen, dass das Licht zum Teil reflektiert wird, zum Teil aber auch eindringt. Und dann durch die Partikel, die im Wasser schwimmen, eben unterschiedlich abgehalten wird. Und dort ist es eben so ähnlich wie beim Himmel, dass das kurzwellige Licht, und das hat nun mal eine blaue Farbe, stärker gestreut wird. Und deshalb sehen wir den Himmel blau und das Wasser auch blau in unterschiedlicher Farbe. Das ist interessanterweise bei unterschiedlichen Lebewesen anders. Also zum Beispiel Vögel sehen ein anderes Lichtspektrum. Aber im Prinzip ist es so, dass beim hellen, normalen Tageslicht das ganze Spektrum, also jede einzelne Wellenlänge enthalten ist. Es macht im Übrigen keinen Sinn, solche Blaulichtbrillen sich zu kaufen, wo einige Firmen damit Geld machen wollen und sagen, wenn Sie Handy schauen oder wenn Sie besser schlafen wollen, dann tragen Sie da einen Blaulichtfilter, weil die Intensität des Handys viel, viel geringer ist, als es selbst beim bewölkten, normalen Tag draußen bei normalen Umgebungsbedingungen der Fall ist. Und Farben entstehen nun dadurch, dass das Licht an Oberflächen unterschiedlich reflektiert oder resorbiert wird. Das merken Sie, wenn Sie eine schwarze Kleidung haben, wird es ganz warm. Da wird viel absorbiert und wiederum haben Sie dann, wird es ein bisschen komplexer, natürlich auch Materialeigenschaften, die das auf unterschiedliche Art und Weise machen, dieses reflektierte Licht unterschiedlich reflektieren. Da haben wir eine sogenannte Eigenfarbe. Und wenn jetzt diese Entzündung da ist, dann kommt einfach weniger von einer bestimmten Wellenlänge durch und deshalb wirkt die Farbe weniger kräftig. Sie sehen alles matter und weniger stark. Hier mal an diesem Beispiel Rotentsättigung beispielhaft gezeigt. Das eigentliche Farbensehen stimmt aber meistens noch. Also man muss jetzt nicht Angst haben, da beim Kleidungskauf, dass man sich auf einmal ganz schlecht da die Farben aussucht. Die typische Senev-Entzündung, wie das bei vielen Entzündungen sind, kommt so mit so einem Crescendo-Decrescendo. Also kommt so über ein, zwei Tage, wird es immer schlechter. Dauert zwei, drei Tage. Und im typischen Fall wird es dann meistens schon wieder besser. Es gibt nur Ausnahmesituationen, wo es mal auch schon mal eine Woche oder zehn Tage geht oder so ein paar spezielle Unterformen, wo es wirklich deutlich länger anhält. Aber typischerweise, Sie sehen das hier am Zeitstrang, ist so ein Entzündungsgeschehen so im Bereich von vier, fünf Tagen so richtig aktiv. Wenn wir den Aufbau des Auges, ich habe schon viel über die Netzhaut gesprochen, haben wir natürlich vorne noch eine Linse und hinten diesen gefüllten Raum vom Glaskörper, wo ich auch manchmal dann assoziiert bei einer multiplen Sklerose auch Entzündungen habe. So sieht das Bild von so einem Zentralspotom aus. Es ist wie so ein Schleier, den Sie dann in der Mitte sehen. Ich hatte schon gesagt, wir haben nicht nur das helle Licht, mit dem wir die Patienten ärgern, sondern wir haben auch solche Untersuchungen wie die Gesichtsfelduntersuchung, die sehr, sehr anstrengend ist. Da wird ein Patient vor so eine Kuppel gesetzt und unterschiedliche Lichter leuchten auf und Sie sollen drücken, in Abhängigkeit davon, ob Sie das erkennen oder nicht. Wir wollen also quasi von dem ganzen Sehbereich eine Karte machen, wo eventuell Ausfälle sind. Und das ist natürlich schwierig, gerade in dem Moment, wo Sie im akuten Stadium vielleicht einer Sehnerventzündung im zentralen Bereich schlechter sehen. Wir nutzen das auch wieder für die Frage, wo ist denn der Schaden? Wenn wir weiter hinten im Bereich der Sehnerv den Schaden haben, dann ist es nicht nur manchmal ein außenbestimmter Bereich, sondern wir haben quasi auch diesen Seebereich mit einer unterschändlichen Lichtintensität für beide Augen ja organisiert. Das ist quasi sowas wie der Berg des Sehens, der aus dem Meer des Nichtsehens auftaucht, also mit einer unterschiedlichen Empfindlichkeit. Beim zentralen Sehen sehen Sie hier diese Spitze oben. Da können wir wieder recht wenig Licht und recht feine Lichtquellen voneinander unterscheiden, während Sie außen schon relativ starkes Licht brauchen, um das zu erkennen. Und deshalb ist dann quasi da diese Kurve entsprechend ein bisschen flacher. Hier ist es nochmal fürs zentrale Sehen, gerade auch mit dem blinden Fleck, den wir beim Eintrittspunkt des Sehnervs haben, nochmal genauer dargestellt. Wenn wir jetzt eine einseitige Problematik haben, dann haben wir halt einen Bereich auf einem Auge, wo Sie diese schwarzen Punkte haben, da wird es nicht erkannt, das Licht. Wenn wir auf der anderen Seite einen Bereich vorne im Sehnerv haben, dann haben wir manchmal so bogenförmige Ausfälle und das hat was mit den Nervenfasern zu tun, wie die dann innerhalb der Netzhaut verlaufen. Und wenn ich weiter hinten einen Ausfall habe, dann sehe ich den auf beiden Augen, die ich beide Seiten getrennt überprüfe und dann überlappt der. Also ist deckungsgleich, weil eben die Nervenfasern kreuzen und dann hinter dem sogenannten Chiasma, der Kreuzungsstelle, zusammenverlaufen. Das ist für junge, berufstätige Patienten natürlich in der Phase auch wichtig, dass ich das teste, weil eine Sehbeeinträchtigung, da kann dazu führen, dass Sie nicht Auto fahren dürfen. Wenn Sie kurzzeitig das räumliche Sehen verlieren, dann würde ich Ihnen nicht raten, auch aus einer engen Garage auszuparken. Da kann es durch kurzzeitig sein, dass Sie die Entfernung falsch einschätzen. Mittel- bis langfristig, muss man sagen, ist das in den allermeisten Fällen kein Problem. Aber bei der Fahrtäglichkeit spielt eben eine Rolle, wann Sie was erkennen, wo so Ihr zentrales Gesicht fällt. Man spricht hier vom Kollisionskorridor, da entsprechend ausgefallen ist. Und das ist für uns natürlich wichtig. Deshalb die Anzahl der Prüfpunkte, wo wir das prüfen, dass wir da einheitliche Kriterien haben für die Fahrtauglichkeit. Gerade eben, wenn ich so einen überlappenden Bereich habe, der auf beiden Augen ausgefallen ist. Hier habe ich nur mal ein paar Beispielbilder mitgebracht, dass man sich das besser vorstellen kann. Das Problem ist, wenn Sie einen Gesichtsweltausfall haben, das ist nicht so, dass Sie immer einfach so einen schwarzen Fleck sehen und dass Sie sich bewusst sind, da fehlt mir was. Also die Radfahrerin ist jetzt weg. Das wäre ja einfach. Sondern unser Gehirn ist so gemein, dass dieses Verschwommensehen dazu führt, dass es ausgeblendet wird. Das heißt, es kann passieren, dass dann Fußgänger oder Radfahrer auf einmal auftaucht aus dem Nichts und Sie ihn dann viel zu spät erkennen. Und entsprechend hier nochmal am Gegenverkehr, auch wenn Sie da einen linkseitigen, zentralen Ausfall haben, ist es besonders für Linksabbieger nicht ganz ungefährlich. Ich habe gesagt, bei der typischen Sehnerventzündung habe ich Augenbewegungsschmerzen, aber zum Glück wird es auch in den meisten Fällen wirklich spontan besser. Das hat eine gute Prognose. Und was meistens nur zurückbleibt, sind so leichte Einbußen. Also Kontrastszenen, Kontrastschärfe. Aber es hängt natürlich dann vom individuellen Verlauf ab. Ich habe auch atypische Entzündungen. Das ist wie bei der MS auch, wenn jemand irgendwie ein ungeföhnliches Mischbild hat oder wenn was besonders hartnäckig ist oder nicht passt. Und dann muss ich daran denken, das können auch mal andere Ursachen sein, entweder infektiöse Entzündungen. Aber wir wissen heute auch, dass wir bestimmte Unterformen haben. Man sieht es jetzt hier leider nicht. Da gibt es NMO-Spektrum-Disease und MOC-Spektrum-Disease, also bestimmte Antikörper, die auch fürs Auge spezielle Ausprägungen der Sehbehinderung haben. Wir haben zusätzlich, und da komme ich auch gleich schon zum Schluss, damit wir vielleicht noch ein, zwei, drei Fragen beantworten können, die Möglichkeit, mit der Bildgebung uns den Sehnerv genauer anzuschauen. Mit dieser optischen Kohärenztomographie, dem OCT, machen wir wie Querschnitte durch die Nervenfasern, können die deshalb ganz genau vermessen und können deshalb auch ausmessen, das wird hier auch im MS-Zentrum in Dresden, routinemäßig gemacht, dass ich sehe, wenn da irgendwo ein Ereignis war, habe ich eine Verdünnung der Ganglienzellen und wie stark ist die ausgeprägt. Wir wissen, dass die im Vergleich zu Kontrollen dann sichtbar wird. Wir wissen aber auch, dass die nach dem einzelnen Entzündungsereignis relativ früh kommt innerhalb der ersten 14 Tage, wo ich dann sehe, oh, da wird an der Stelle die Nervenfaserschicht dicke, dünner. Schwieriger wird es dann, wenn ich schon eine gewisse Vorschädigung habe, weil dann die Aussagekraft so ein bisschen leidet. Wenn was schon dünn ist, bin ich ein bisschen unschärfer in der Erkennung verschiedener Veränderungen im Verlauf. Und es gibt auch Studien, die versucht haben, sich das anzuschauen. Man sieht zwar schon, dass das mit dem Schweregrad ein bisschen korreliert, aber ich kann im Moment noch nicht, da wird vielleicht die Datenanalyse auch noch besser werden, bestimmte Unterformen ganz trennscharf voneinander differenzieren. Aber ich kann zumindest schon auch zeigen, habe ich eine Ausprägung, die eher mit Sehnervenentzündung oder der Sehbahn assoziiert ist. Und ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich gerade subklinische, ganz leichte Ereignisse noch mal überprüfen kann und erkennen kann. Sie wissen ja, ich habe nicht immer so symptomatische Schübe, dass ich ganz klar sagen kann, da ist was. Sondern das ist gerade manchmal auch so im Unscharfen, wo ich dann gerne wissen möchte, war es jetzt was? Wie viel ist da? Und da ist es einfach ganz toll, dass wir ein Instrument mehr zur Verfügung haben, neben Kernspüren, Tomografie und Bildgebung und Testen des Kontrastsehens, wo ich sagen kann, da ist jetzt irgendwas und ich muss dann eventuell auch mit der Therapie darauf reagieren oder nicht. Weil die Therapien, gerade bei der Sehnervenentzündung, die richten sich natürlich zum einen auf die Entzündung. Im akuten Geschehen, das ist meistens der Hintergrund, dass es schneller besser werden soll. Und das Zweite ist natürlich, ist die Hoffnung, dass ich über neue Ansätze auch den Erholungsprozess beeinflussen kann. Weil ich hatte ja gesagt, innerhalb der ersten 14 Tage, drei Wochen, entsteht meistens dann die Ganglienzellveränderung. Und da ist die Hoffnung jetzt bei neuen Wirkstoffen, dass ich da versuche, den einzelnen Schaden durch die Entzündung abzubremsen, abzudämpfen durch quasi Dünger oder hemmende Stoffe, die die Entzündung beeinflussen, darauf dann positiv zu wirken. Damit bin ich eigentlich schon mit meinem Teil durch und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich aber gerne freuen, wenn noch Fragen sind. Gut, ich sehe schon, da vorne ist schon die erste Frage. Also die Frage war, ob die Sehnerventzündung auch im MRT gesehen wird. Erfreulicherweise ja, sieht man die meisten. Es ist, kannst du gerne auch als Neurologe vielleicht noch viel fachkundiger beantworten oder neuroradiologisch. Es ist nicht so, dass man jede Entzündung immer sieht. Da spielt natürlich auch die Ausdehnung, Lokalisation eine gewisse Rolle. Aber im Prinzip die typische, kräftige Entzündung des Sehnervs kann man identifizieren. Genau, oben noch, gerne. Also es schadet nicht natürlich dem See-Eindruck. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, steckt wahrscheinlich auch eine gewisse Kaufabsicht dahinter. Man hat schon gesehen, das ist ja heutzutage natürlich auch ein Thema bei Kindern und Jugendlichen, dürfen die vom Schlafen noch Handy machen. Und es gibt bestimmte Untersuchungen, die zeigen, dass manche Leute da empfindlicher sind, auch mit einer gewissen Lichtexposition. Dann hat das Einfluss auf die Schlafqualität. Also ich würde Ihnen auch nicht raten, jetzt sich vor eine helle Lampe, kurz vorm Einschlafen zu setzen. Ich würde da eher normalerweise empfehlen, dann sowas wie Nachtmodus, den ja auch die meisten Handys haben, also mit einer lichtreduzierten Version oder inverser Farbdarstellung zu nutzen. Aber ganz pauschal muss man sagen, ist diese Bewerbung von Blaulichtfiltern jetzt für einen Konsum digitaler Medien eher eine Geschäftemacherei. Wir haben in unserer Fachgruppe einen Physiker, der das ganz klar ausgemessen hat. Wenn Sie selbst beim lauen Sommerabend, die Sonne steht schon unten, da draußen sind, haben Sie 30.000 Lux. Eine einzelne Lichtquelle oder Ihr Handy hat maximal 100 Lux. Das heißt, innerhalb des Spektrums ist zwar ein bisschen mehr der Blauwellenanteil höher, aber Sie müssen nicht irgendwie Angst haben, dass es Ihrem Auge schadet. Sie können sich das reinmachen lassen, haben dadurch keinen Nachteil, aber ich würde Ihnen nicht raten, es wird zum Teil im Internet beworben und eben wird mit Angstmache gemacht, Vorsicht, Handys sind toxisch. Natürlich, wenn Sie zu lang, ist wie bei jedem Mittel, wenn Sie es nicht gescheit einsetzen und wir wissen heutzutage, ich will nicht wissen, wie Ihre Bildschirmnutzungsdauer ist. Das ist bei uns allen eine Gefahr, dass wir da nicht reflektiert und bewusst mit umgehen, aber im Sinne von Augenverträglichkeit oder Augenschäden ist da nichts dahinter. Das ist in Deutschland alles vom Bundesamt für Strahlenschutz durchgecheckt. Unsere Fachgruppe hat das geprüft. Sie müssen nicht Angst haben, dass das Ihrem Sehnerv, Ihrer Netzhaut irgendwie schadet. Jan. Gut, andere Frage. Noch? Gut, sonst ist mein Bruder sicherlich jetzt auch gleich die Pause noch da, dass wir das machen können. Also Sie sehen, das Auge ist ein wichtiges Teil und wir sehen eben halt, wenn Sie sehen, die Mitleidenschaft gerät, wie schwierig das ist.